Der Rest der Hinrunde Der Abwehrspieler hat sich im Training verletzt. Für Abwehrspieler Derrick Lokassen von Hertha BSC ist die Hinrunde in der Bundesliga gelaufen. Der 23 Jahre alte Niederländer zog sich im Training eine Syndesmose-Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Wie Hertha am Donnerstag mitteilte, wird Lokassen in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können. 070653954621612032 von Sportinformationsdienst 1.2.1.2 4.5.2 5.3.2 5.3.1 5.3.1 7.1 8.1